Und damit Willkommen zurück zu einem bombastische Stream. Auch ein Willkommen zurück an die Leute im Stream. Das hatte ich schon gesagt. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Wir sind dabei uns mit dem einen Dude zu treffen. Dessen Schwester so... Bist du böse? Achso, Osseram-Fremde. Na klar. Das tut mir aber leid für dich. Wir haben hier glücklicherweise ein paar Kräuter, die wir sammeln können. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, uns mit dem einen Dude zu treffen. Marats Agent sollte inzwischen am Machtsatz angekommen sein. Ähm, Marats Agenten? Okay. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Hallo ihr. Komischen Typen. Ah, da drüben irgendwo. Hier entlang. Hier ist irgendwer. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Eherend. So heißt der Typ. Ich habe seinen Namen vergessen. Ähm. Vielleicht haben wir hier Glück. Und der Typ verkauft ein bisschen Zeug, den wir, ähm, welches wir irgendwie brauchen. Nee, nee, irgendwie nicht. Ähm. Nee. Schade. Zurückkaufen brauchen wir nix. Spezialobjekte bringt uns nix. Modifikation, Munition, Fallen und Tränke. Nö. Einfach just nope. Gucken wir mal. Finde Marats Agenten. Okay, die müssen jetzt wohl irgendwo hier oben sein. Jawohl, sehr gut. Das Leben in Hanrecht war nicht einfach. Und das Leben hier ist es auch nicht. Ähm. Wenn wir den Leuten in Meridian sonst nichts beibringen können, bei meiner Ehre, wir werden Ihnen zeigen, wie man ordentlich seufzt. Das ist mal ne Einstellung, die kann ich vertreten. Gucken wir doch mal hier oben nach. Vielleicht ist hier oben irgendjemand. Vielleicht beim Feuer oder so. Wie sehen denn diese Typen überhaupt aus? Gab es da irgendwelche Hinweise? Keine Ahnung. Schwarz. Schwarze Kleidung. Schwarze Stiefel. Schwarze Haare. Äh. Irgendwie sowas. Ich weiß es gerade nicht. Es geht mir nicht. Kleinen Moment. Ich hab da so eine Idee. Wir gucken uns die Spur an. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Dahinten liegt doch was. Aha. Man könnte den Weg hier zurück verfolgen. Achso. Dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Dann gehen wir natürlich wieder den Weg zurück, den wir gekommen sind. Hier ist irgendjemand lang. Hier hin. Ah. Na, schau mal einer an. Hier ist auch noch irgendein Weg. Der führt hier an einem Brunnen vorbei. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist mal Ratsagent. Der Waldschläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas. Mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Hm. Ob das wieder so ein Move wird, wo die einfach zu spät kommen, weil wir viel besser unterwegs sind mit unseren Angriffen oder so. Ihr weiß es nicht. Aber. Das geht ja noch weiter in den Norden. Der Waldschläger. Oh. Ich bin hier irgendwie in so eine komische Art Sackgasse gelaufen. Egal. Kürzen wir den Weg ein bisschen ab. So. Jump'n'Runs haben mich gelehrt, dass ich auch über böse, böse Klippen komme. Klipp. Klipp. So. Da unten sieht man ja schon. Oh. Das sieht mir nach einem Sägezahn aus. Zu viel zum Thema Sicherheit. Aber. Das können wir auch gegebenenfalls zu unserem Vorteil nutzen. Wir können Sägezähne nämlich überbrücken. Und wenn das wirklich einer ist und wir zufällig, ne das ist ein Verwüster. Ha. Aber auch das könnte, ich glaube auch Verwüster können wir für uns nutzen. Wir müssen nur schauen, wo wir hier hohes Gras haben. Das sieht gut aus. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Jetzt heißt das ein bisschen Geduld, bis er wieder an uns vorbei wandert. Und dann ist das einfach mein neuer Freund. Kommt hier eh gleich wieder an. Boah, das ist ja bombastisch. Wobei 251 Schritte sind noch ziemlich weit. Ja komm, beweg dich mal. Du hast eh keinen von uns gesehen. Da stapft er fröhlich durch die Gegend. Und weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Und mein neuer Freund. Und mein neuer Freund. Schnapp. Ja, bist du fröhlich? Bist du ein Lieber? Ja, du bist ein Lieber. Du bist ein richtig Lieber. Wunderbar. So habe ich das gern. Wenn ich keine Feinde habe. Das könnte man natürlich ein bisschen richtig kacke sein. und Na komm. Er hat uns schon erkannt. Er hat schon gemerkt, wir sind hier irgendwo im hohen Gras. Wir sind das Pokémon. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt freut er sich noch, dass er mich erwischt hat. Aber gleich kommt ein fettes Feuergefecht von meinem kleinen Freund hier. So, du darfst. So, ist der gerade weg? Geht doch. Ja, lass den liegen. Oh. Das ist aber was gänzlich anderes, als ich eigentlich nicht liegen wollte. Hoppla. Da greift er einfach ein Krokodil an. Auch gut. So, dann nehmen wir mal lieber den hier. Und zip. Oh, da kommt noch ein Krokodil. Hallo Krokofreund. Nein, das war so nicht geplant. Und so sollte das dann aussehen. Gut. Und dann kommt das Lasergefecht von unserem krassen Dude. Gut. Das gefällt mir hier. Au. Mich nicht angreifen. Was bist denn du jetzt hier für einer? Au, 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 au. Nein. Ich mach dir aber auch Mist. So, dich hab ich. Oh, das war aber ein richtig mieser Kill. So, hab ich dich? Nee, ich hab die Erfahrungspunkte nicht bekommen. Das find ich schade. Oh, das hat echt mies weh getan. Na gut. Dann muss ich hier lieber mal kurz ein paar Tränke schlucken. So. Tränke sind, glaub ich, ein bisschen einfacher zu bekommen. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn der Fels hier so rot? Gute Nacht. Gute Nacht. Und. Na gut, okay. War natürlich wieder mal Epic Fail von meiner Seite. Aber, wey. Das kommt davon, wenn man zu stürmisch ist. Ich bin gerne eigentlich lieber vorsichtiger unterwegs. Aber jetzt ist es zu spät. Das kann ich jetzt mal kurz einmal abspeichern. So. Äh. Da nach oben irgendwie so. Aha. Diesen Weg entlang. Einfach diesen Weg folgen. Dann kommen wir auch irgendwann ans Ziel. Oh. Sturmvogel Maschinenareal. Das gefällt mir nicht. Aber wir haben hier ein neues Spielzeug bekommen. Womit wir vielleicht. Ein bisschen besser gerüstet sind. Und zwar, ähm. Diese komische Seildingens. Katapult. Armbrust. Ding. Vielleicht ist das das Mittel zum Zweck. Ich weiß es nicht. Aber. Okay. Sieht gut aus. Wir sind hier zum Beispiel schon mal auf dem richtigen Weg. Oh. 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 Das wäre ja bombastisch. Wenn wir das könnten. Wir müssen nur schauen. Da drüben. Oh. Wir haben hier ganz schön viele davon. Wir müssen aber gucken, ob hier nicht irgendwo irgendwelche Menschen rumgeist. Das können ja da geißen auf jeden Fall Menschen rum. Aber wenn wir uns ganz vorsichtig ankürschen. Achso. Das ist nur der Dude da drüben. Das ist völlig in Ordnung. Wir nehmen uns den hier. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich mir den nochmal unter den Nagel reißen darf. Das kann. Na komm. Schwupp. Nummer eins. Wo ist der nächste da drüben? Hüpfte nur noch einer blöd durch die Gegend. Ähm. Ne. Irgendwie will das hier nicht. Dann muss ich da wohl leider doch... Wupp. Die Maschinen laufen lassen. Bin ich den jetzt noch irgendwie runter? Nö. Der macht dann einfach hier Action. Das gefällt mir. Richtig schön in Ruhe. Oh. Wir treffen aber alles an. Vielleicht doch gar nicht so schlau von mir. Okay. Völlig in Ordnung. Wir reduzieren massiv. Meine Gegner zumindest. Nummer eins. Und. Nummer. Auch keine Ahnung. Schießen wir den ab. Das ist so lustig, wie die sich hier gerade durch die Gegend rollen. Shit. Das war doch neben. Ach komm. So kannst du mir nicht davon spazieren. Das war unnötig. Das war ein Pfeil. Irgendwie ein Pfeil zu viel. Wupp. Jetzt aber. Schwupp. Geht doch. So. Und jetzt rollen wir uns in den Nahkampf. Ach. Das ist doch nicht so ernst. So dreckig. Da oben war was. Irgendwas war da oben. Aha. Keine Munition. Ach so. Oh. Ich hab natürlich auch die gute Munition verfeuert. Jetzt aber. Er muss hier irgendwo sein. Okay. Erster, das ist... Seine Schwester hier. Muss man ein bisschen gucken. Weil... Beziehungsweise ein bisschen aufpassen. Weil die haben natürlich hier überall... Irgendwelche dicken Robofreunde unterwegs. Und... Ah ne. Scheinbar haben wir schon alles. Den brauchen wir uns erstmal um die Kleinen hier keine Sorgen machen. So schnell erledigt man mich nicht. Was haben wir hier hinten? Vorratskiste? Ui. Ah. Ah. Der Wald sagt, ihr soll dreck fressen. Na, Schoen. Na, Schoen. Das scheint ja wohl ein krasser Dupe zu sein. Ja, geh mal vor. Und Abmarsch. Ah. Sehr schön, dass menschliche Gegner hier anscheinend um einiges stärker zu sein scheinen als als andere. Kommt der einfach mal her. Das ist nicht euer Ernst. Na, wen greifst du mir zu genau an? Greifst du mich an oder greifst du ihn an? Oder jeden von uns? Wow, weg hier. Nee. Aber hier durch die Gegend rollen. Wuh. Fuck. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh scheiße. Jetzt haben wir zwei davon. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Fuck. Okay, die kämpfen noch fröhlich miteinander. Das ist schön. Oh, die wollen mich hier in den Sack lassen. Fuck. Schnell mal eben die Lifepoints erwähnen. Wo ist denn er jetzt hin? Nee. Da ist er. Hallo. Na komm. Und. Gib ihm. Einen habe ich noch. Yes. Okay, der ist weg. Der ist weg. Der ist nur noch der Große. Nur noch der Große. Nur noch der Vogel. Das ist Feuer. Das ist Shit. Ich hasse es irgendwie das machen. Aber. Äh. Okay. Wuh. Hier ist einer der von den Unsichtbaren. Kein Pardon. Ach ne. Nichts von dem Unsichtbaren. Wir müssen durch. Oh boy. Okay. Wir haben es irgendwie geschafft. Damit schützen sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Ah. Okay. Hässliche, dreckige, garstige Hilfsmittel haben die sich geholt hier. Ähm. Trotzdem würde ich nochmal ganz kurz hier einmal eine Lootparty machen. Kein Platz. Weil. Wenn wir hier schon viele, viele tote Viecher haben. Dann sollten wir uns hier natürlich auch noch ein bisschen Loot holen. Oh. 88 Scherben gibt es dafür. Not bad. So. Dann mal rein da. Das Ding erstmal ausschalten. Mal gucken, was wir jetzt hier unten haben. Oh, ist das widerlich. Ach, da. Oh. Erent? Derwall wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derwall schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil... ...das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hört zu. Derwall plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Avad wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kinderreihen mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Ersa. Nein, nein. Bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Errandis. Es tut mir leid. Wir müssen Derwall finden. Aber Meridian ist groß. Ich... Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. So frech. Die gesamte Mühe. Und dann... ...liegt hier eine tote Ära. Hier drüben ist irgendwas. Diese Maschine wurde akribisch auseinandergebaut. Was hat der Wal durch seine Basteleien gelernt? Will ich das überhaupt wissen? Natürlich willst du das wissen. Denn auch dein Schicksal hängt davon ab. Wir kämpfen hier sozusagen an zwei Fronten. Wir kämpfen mit der Gegenwart und mit der Vergangenheit. Mit der Vergangenheit geht es um die eigene. Und mit der... ...Gegenwart. Die von Meridian. Eine der... ...vermutlich letzten Hochburgen der Menschheit. Uh. Nicht gerade wenig hier. Aber irgendwo war hier noch was. Da drüben war was. Was für ein seltsames Gerät. Wunderschön gearbeitet. Gucken wir mal. Was wohl passiert, wenn ich es einschalte? Ich glaube, es funktioniert. So. Jetzt sagt etwas, meine Täufchen. Ich weiß nicht. Was soll ich denn sagen? Was du willst. Ich will nur deine Stimme hören. Und aufbewahren. Ich singe, Papa. La, 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 la. So. Ein Lied und ein Lachen. Sogar besser als Worte. Und ich kann es anhören, wann ich will. Sind wir fertig? Dann ab ins Bett. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. Ist sie weg? Was sollen wir machen? Die Raubzüge kommen Hauptquell immer näher. Wie lange können wir uns noch so verstecken? Ein Andenken an seine Familie. Der Wahl hat nichts mehr zu verlieren. Hm. Okay. Das ist... Tatsächlich nicht unbedingt... ...die gute Nummer. Aber da ist doch noch was. Aber was genau? Ach so, das Buch vielleicht. Das ist doch passend. Nur Notizen über seine Bastelein. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wahl. Okay. Ähm. Wo müssen wir jetzt hin? Wieder nach draußen? Rede mit Ehren. Ich glaube, der wartet draußen auf uns. Wäre mir zumindest keine Wunde mehr. Äh. Wir haben hier jetzt... ...eine neue Notiz bekommen. Datenpunkte. Ne. Das Aufnahmegerät war es nicht. Die haben wir auch schon allesamt. Na gut. Vielleicht auch nicht. Hm. Alles klar. Wie sind wir denn hier runtergekommen? Ist das da die Tür? Ist das die Tür? Ja, das ist die Tür. Dann fangen wir hier nochmal hoch. Vielleicht ist Ehren dort oben. Und wartet auf uns. Äh, ne. Er ist natürlich unten. In der Kammer des Schreckens. Bei seiner erst jüngst verstorbenen Schwester. Traurigerweise. Da ist er doch. Hm. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Ich hätte jetzt schon erwartet, dass wir hier nochmal einen kurzen Schritt machen. Aber neue Hauptquest. Das heißt, die Sonne soll sinken. Wo auch immer die jetzt hinführt. Also die führt uns natürlich nach Meridian. Ist ja klar. Den gesamten Weg nochmal zurück. Oder wir können jetzt... Wir haben die Möglichkeit hier hinten, das ist am Arsch der Welt. Oder hier drüben, das ist ebenfalls am Arsch der Welt. Da würde ich mal sagen, Meridian oder wieder zurück in die ferne Heimat. Das entscheidet der Stream für euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Bis bald. Bis bald.